Ja, meine Lieben, und damit also Willkommen zu diesem kleinen Infovideo hier auf dem Badeschlappenfußballkanal. Und ihr seht schon oben im Titel, der Schlappi will so ein bisschen Werbung machen. Ich will nämlich auf meinen neuen, ja neuen kann man ihn nicht nennen, aber auf meinen anderen, auf meinen Zweitkanal hinweisen. Denn es sind in letzter Zeit wirklich überragend viele Abonnenten dazugekommen, die das vielleicht noch nicht wissen, dass ich noch einen Zweitkanal habe. Von dem her erstmal ein dickes fettes Dankeschön für alle, die jetzt wirklich dazukommen. Und es ist in letzter Zeit sowas von krass, ich glaube knapp über 60 pro Tag waren es, als ich das letzte Mal geguckt habe, die so im Schnitt am Tag dazukommen. Das ist einfach wirklich unbeschreiblich, dickes, dickes fettes Dankeschön, lasst euch drücken. Und von dem her habe ich mir gedacht, Mensch, mache ich schnell das Infovideo. Für alle, die vielleicht noch nicht Bescheid wissen, die die volle schlappsche Power wollen, die können natürlich mal rübergucken. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Badeschlappenzockt, so heißt der andere Kanal. Vielleicht auch irgendwie jetzt gerade im Video, wenn da mysteriöserweise irgendwas erscheint, dann könnt ihr da draufklicken. Kommt zum anderen Kanal, da würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Ganz klar, guckt einfach mal rüber. Momentan läuft Thief 4, finde ich ein richtig, richtig cooles Spiel. Viel zum Schleichen, viel zum Herumdenken und Wege suchen, wie man am besten zum Ziel kommt und so weiter und so fort. Macht richtig, richtig Bock. Und natürlich noch das emotionale The Walking Dead, da haben wir gerade Staffel 1 durchgespielt. 400 Days, sprich das Add-on, auch durchgezockt und jetzt geht es dann weiter mit Staffel 2. Von dem her würde ich mich freuen, wenn ihr einfach mal rüberschaut, wenn ihr einfach mal guckt, ob was für euch dabei ist. Wenn was dabei ist, freue ich mich natürlich auch über ein Abo und dann würde ich sagen, na, Dankeschön für alle, die in letzter Zeit so zahlreich dazugekommen sind. Werde jetzt auch vielleicht diese Infovideos mal ein bisschen häufiger machen, immer wenn ich ein neues Projekt drüben anfange, weil der Kanal ist einfach noch kleiner, das ist ganz klar. Aber ich denke, es macht genauso viel Spaß, auch mal andere Spiele zu spielen. Nicht immer nur Fußball, sondern auch mal ein bisschen was mit Action, mit Adventures, mit Horror. Da wird es vielleicht auch mal was geben mit Facecam und Horror, mal gucken. Und was nicht alles. Von dem her, guckt einfach mal rüber, lasst ein Abo, da verpasst nichts und dann würde ich sagen, bin ich raus. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus!